Durchsartig, ein Tempowechsel wäre ganz angenehm. Wem gebe ich Deckung? Ein Agent von JSOG ist aus ungenannten Gründen im Gebiet. Das wird uns keinen Ärger bereiten, oder? Nee, er infiltriert eine Bergbauanlage, um Informationen zu gewinnen. Er ist ein wenig frisch. Erste Solo-Mission. Könnte Unterstützung gebrauchen. Das haben wir alle schon mal durchgemacht. Ja. Hört, als wäre es schon 100 Jahre her. Für dich vielleicht, alter Sack. Ich fange gerade erst an. Glaub das ruhig, John. Schütz den Kleinen einfach, falls es notwendig wird. Begib dich dorthin, finde ein passendes Versteck und halte ihn im Leben, bis er fertig ist. Ende. Roger. Die Mine hat eine interessante Geschichte, John. Sie wurde von den Sowjets gebaut. Offiziell wurde dort Kohle verarbeitet. Und was steckte inoffiziell dahinter? CIA-Berichte besagen, dass die Sowjets Uran-Vorkommen entdeckt haben und heimlich abgebaut. Uran war schon fast komplett abgebaut, als Georgien zum unabhängigen Staat wurde. Wirtschaftlich hatte das einfach keine Zukunft. Also haben sie den Laden dicht gemacht. Seitdem ist es ganz schön heruntergekommen. Beobachtet den Himmel. Wir haben ein unbekanntes Flugobjekt. Das ist ein unbekanntes Flugzeug. Verstanden, weiter auf der Wut vor weitesten Bewegungen. Verstanden, weiter auf der Wut. 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 gehört hier Ich bin unter Beschuss! Scheiße, ich versuche zu flüchten. Gib mir Deckung. Guter Schuss. Ich gehe. Run den Kerl aus dem Weg. Warte, bis er hinter den Rohren ist und schalte ihn dann aus. Verstanden. Schieß schon. Jetzt! Jetzt! Ich höre etwas. Vorsichtig! Fliege auf dem Weg! Bleibt versteckt! Roger! Nicht schießen! Tu nichts dummes! Denkst du die schicken Speer? Himmel, ja! Sobald Sie bemerken, dass niemand mehr antwortet. So ein Scheiß! Scheiße! Feind aus südlicher Richtung! Schalte ihn aus! Geist! Geist! Ich höre etwas. Vorsichtig, fliege auf dem Weg. Bleibt versteckt. Roger. Nicht schießen. Tu nichts Dummes. Denkst du die schicken Speer? Himmel, ja. Sobald sie bemerken, dass niemand mehr antwortet. So ein Scheiß. Scheiße. Feind aus südlicher Richtung. Schalt ihn aus. Heilige Scheiße. Zu knapp. Schöner Schuss. Ich gehe. Sehe das Ziel. Langsam. Stell das Feuer ein. Warte. Warte. Ich gehe nach links, du rechts. Warte auf dein Signal. Daten werden geladen. Kollege, beeil dich lieber. Okay, hab die Daten. Ich verschwinde. Danke, Kumpel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz richtig. Die Waffen werden zu einer alten verlassenen Militärbasis in den Bergen geschafft. Sowjetisches Gebiet. Vesilisk nennt es eine Höhle. Du solltest wirklich mehr an mich glauben, John. Ende. Das ist die Kategorie für's. Das ist die Kategorie für's. Und das hat das Schäuze. Die Kategorie für's. Das ist die Kategorie für's. Ich war heute. Iyuno. Es hat die Kategorie für's.